Putenbrust für Paul. Guck mal hier. Was ist das eigentlich hier, Pickel? Hier. Jetzt schmeckt es. Jetzt schmeckt es. Ja. So, letztes Stück. Ja. Paulchen. Verfressener Paul. Du bist ein verfressener Paul, ja? Ja. Guck. Oh, Mensch. Jetzt beißt sie mir gleich den Finger. Ja. Hörst. Hopp. So, ein kleiner Vorrat. Das ist morgen alle. Das hat ja morgen alle drauf gefressen. Hallo, ist hier. Komm. Paule, Paule, Paule. Dann. Dann. Dann.